Willkommen zu einer kleinen Sonderfolge wieder, hier beim LPT. Jetzt muss ich erstmal aufpassen, immer was ich spiele, LP oder LPT. Wir können wieder im Rang aufsteigen, ich bin gespannt, was das für ein Test jetzt ist. Vielleicht ein Fähigkeiten-Test? Weil die Primär-, Sekundär- und Tertiär-Waffe hatten wir schon durch. Du hast deine Fähigkeiten mit den Fähigkeiten, Tenno. Aber was ist deine Endurance? Kannst du diese Onslaut überleben? Oh, ich fühle sie da noch. Oh, okay. Ja. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020